so freunde jetzt ist es fertig getrocknet jetzt seht ihr erstmal richtig die farben allerdings hier sieht es ein bisschen verrunzelt aus vielleicht ein bisschen weniger weiß nächstes mal aber ich finde es hat was durch diese verschiedene farben dann ok dass ihr das einmal gesehen habt dann bis bald tschüss